hallo und herzlich willkommen liebe gamingfreunde hier ist wieder mit einem weiteren ersten video zu dead space remake ich freue mich durch definitiv ich freue mich wolf wie auch immer wir kommen gerade an wir sind gerade ganz ganz frisch am start können das erst mal unseren charakter wegen drehen uns umgehen hier in die alkova hinein und sehen dort ein log fall so viel schon mal dazu ich hoffe das ganze wird relativ gut zu sehen sein ihr seht das ja immer ich mache unten links die einblendung was von wie viel wir gerade holen oben drüber noch den namen wenn es dann einen gibt oder auf der hinweis nicht verpassbar da es sehr viele log files gibt die ihr nicht verpassen könnt die innerhalb der story automatisch kommen das soweit dann zu den sammeln objekten selber es gibt den ganzen ach es gibt über 300 stück also da mal richtig was zu tun da wird einem nicht langweilig zu nebenbei haben wir noch knoten anzug upgrades waffen zu finden 100 prozent gehalt wenn ihr dem collectible guide hier folgt dann habt ihr anschließend erst mal nach dem new game also gesagt nach dem ersten spiel eure 100 prozent beisammen was alle möglichen sachen betrifft und dann später geht es noch mal im new game plus weiter dort gibt es noch mal einzelne objekte hier momentan rennen wir das erste mal vor so einem necromorph weg haben unsere erste begegnung und bekommen automatisch hier das log file rennen wie gesagt da werden wir einige von haben ihr nehmt 100 prozent mit ihr könnt die sammeln objekte nachholen solange ihr ja nicht den letzten schritt macht in kapitel nummer 11 ich hoffe dass das spoiler arm genug war ich versuche immer ja gerade zum anfang die videos sehr sehr spoiler frei zu machen und deswegen gibt es ein punkt of no return und wenn ihr ja an der stelle seite dann könnt ihr da nicht mehr zurück macht aber nichts weiter ihr alles was ihr hier einsammelt wird auch rüber getragen ins neue spiel plus das bedeutet wenn ihr sowieso neue spiel plus machen wollt was ich sowieso ans herz lege euch dann könnt ihr dort die sammel objekte noch holen also das ist gar kein problem ansonsten könnt ihr das raumschiff frei erkunden ihr könnt überall hin solange ihr halt nicht die letzten steps macht aber da warnt euch das spiel vor da könnt ihr dann also auf der ishimura noch alle sammel objekte mitnehmen da könnt ihr nichts von verpassen das sind die guten nachrichten und damit haben wir schon eine ganze menge beisammen denn wir sind schon auf dem weg zum vierten log file und das innerhalb kürzester zeit aber klar das ist ja alles noch relativ klein wir kommen durch die tür durch gehen rennen direkt drauf auf das log file ich habe eine ganze menge schnitte gesetzt ganz einfach wegen gegner aufkommen und weil es auch einfach von story zwischendrin und so weiter einfach ja besser ist doch schnitte zu setzen mehr merkt ihr dann jetzt ohne überblendung hier ich zeig dann entweder sofort kurz die map wo wir sind ich zeige euch eventuell mission ziele dass ihr euch orientieren könnt und dann bekommen wir hier auch automatisch wieder während wir das story folgen diesen video anruf über das monoreal system dass das repariert werden muss und können damit weiter dann kommen wir hier zu diesem netten raum wo wir erst einmal ja also da müssen wir auch wieder von der story her lang verpasst ihr nicht erkennt ihr weil wir bekommen jetzt gleich unser stasis modul das brauchen wir ja auf alle fälle und dann nutzt es nicht sofort an der tür da ist natürlich auf und zu geht nicht das stasis modul nutzen sondern erst dann wenn ihr per funk dazu aufgefordert werdet da haben wir noch eine zweite stelle im spiel wo das ganze ja genauso ist dass wir das stasis modul nicht nutzen dürfen bevor uns der funk ruf erreicht also ganz ganz wichtig weil die ansonsten hier das log file verpassen könnt und es euch dann halt im new game plus holen müssen weil wie gesagt da könnt ihr ja alles noch nachholen aber jeder hinweis nicht benutzen schön brav warten bis wir darauf hingewiesen werden wie das ganze denn zu funktionieren hat und das ist nämlich unser nächstes log file die stars tür hier an dieser stelle sagt uns denn jetzt hey benutzen wir das stasis modul macht doch mal die tür langsam damit du könntest du durchgehen machen wir auch aber wie gesagt erst nach aufforderung und dann haben wir auch das hier bereits im sack an dieser stelle und können uns direkt log file nummero 7 zu wenden auch das ist nicht verfassbar ihr seht dass wir gehen werkstatt monowail hier in die werkstatt hinein und sobald wir reinkommen kommt automatisch der audio anruf über das verstöckeln das ist punkt 1 hier kommt einiges direkt aneinander aneinander herangereiht so muss man das glaube ich sagen und zwar haben wir nämlich hier diese arme die wir nutzen sollen die wir müssen die kreilen lösen da haben wir erst noch mal ein kern hier erst mal schränke und hier nehmen wir erst mal unseren ersten knoten mit brauchen wir zum upgraden von waffe und anzug werden ja diese knoten benötigt und deswegen ist es auch sinnvoll jetzt bereits hier dem sammelobjekt der guide zu folgen weil umso schneller ihr umso mehr knoten habt umso einfacher wird es dann im spiel für euch so ich sag mal wir wissen jetzt ganz genau wo wir sind wie gesagt die story bringt uns sowieso hierhin neben dem knoten haben wir gleich noch mal hier ein audiolog file auf der werkbank liegen anfrage starse modul ist das und dann kommen wir gleich zu den klammern und da kommt dann die zweite sache wo ihr nicht nutzen dürft diese klammer hier könnt ihr ganz normal aktivieren die fährt raus und greift zu das ist auch gut so die zweite klammer die zweite klammer funktioniert nicht ohne starse und da bitte dann auch nicht benutzen bis ihr per funk dazu aufgefordert werdet ich habe nur ein paar gegner rausgeschnitten sieht man sich noch ein bisschen loot mitnehmen und hier direkt neben mir ist das schaltpult wo ich die kralle halt hier auch wieder befestigen kann so ihr seht die karte ihr seht wo ich vom lockpfeil her bin dürfte also dementsprechend für euch ganz klar sein und jetzt mehrfach nutzen bis funkspruch habe ich geschrieben für die leute die den ton ausgedreht haben und hat so nebenbei dem guide folgen deswegen noch mal die text einblendung einfach benutzen benutzen bis wir den funkspruch erhalten und dann da kommt da gleich der live anruf wieder von denn jetzt dass wir dort die stars nutzen sollen so weil wir das gemacht haben gehen wir hier zum monoreal reparatur und da bekommen wir wieder automatisch ein weiteres lockpfeil lockpfeil 10 von 16 auch das ist also wieder nicht verpassbar an dieser stelle nur dadurch dass wir hier halt der story folgen ist er wieder denn jetzt diesmal aber um zu sagen hey habt ihr gut gemacht habt der klasse gemacht sehr schön und im wartungssektor gibt es eine ersatz platine die brauchen wir natürlich auch noch und deswegen wird sie gleich wieder einen schnitt geben an dieser stelle ihr guckt noch mal ganz kurz rein hier so sollte das ungefähr bei den lockpfeils jetzt bei euch aussehen und jetzt haben wir hier einen kleinen schnitt gesetzt ihr seht wo ich bin hanger fracht monoreal steuerung ist hier grün markiert vor mir ist ein speicherpunkt dort geht es zur gepäckhalle fracht und gepäckhalle eingang fracht und gepäckhalle da kommen wir nämlich dann zu unserem zweiten knoten hin dass man hier plasma energie noch mitnehmen ihr seht das hier ich bin direkt auf dem story fahrt finde die platine ist die aufgabe und hier jetzt diesen knoten da müssen wir jetzt umschalten auf nicht auf die linke seite sondern auf die rechte seite also nicht wartungssektor sondern frachtlager das frachtlager aktivieren dann dem blauen schlauch folgen und so gelangen wir dann zu knoten nummero zwei weil wir dann hier in diese tür rein können so das seht ihr es und die ist jetzt das frachtlager ist jetzt offen und da haben wir direkt knoten nummero zwei ich dachte da kommt was böses aber kam es nicht spiel ist schauriger als das original finde ich persönlich also mir geht es so ich schreibe gleich mal eure meinung bitte rein zum spiel schreibt sie mir unbedingt rein ich finde es wirklich sehr gut ich bin da wirklich sehr sehr zufrieden so jetzt kommt jetzt sind wir zurück hier an dieser steuerung habt ihr gerade gesehen wir sind zurück an der steuerung und hier direkt am stuhl die rechnung für die reparaturen so auch weiter auf dem weg finde die platine auch hier sagt habt ihr gesehen auf der karte soll ich lang gehen ist ja ein bisschen duster ist ja logisch und dann haben wir hier einmal den knoten und hier liegt auch im regal im regal ein da sieht man ganz kurz das lockpfeil neben mir ich habe das nur aus versehen direkt eingesammelt weil ich eigentlich gerade das loot vom monster einsammeln sollte also direkt neben dem knoten im regal liegt auch die einladung zum poker so das ist wirklich direkt der raum mit der platine also daher das könnt ihr eigentlich nicht verpassen die sachen den knoten und auch das lockpfeil sollte für euch kein problem darstellen so rüber geht zu nummer 14 auf dem weg zur brücke lockpfeil 14 von 16 ihr seht wieder wir sind wieder zurück in unserem steuerungsraum angekommen müssen jetzt die platine installieren und bekommen dann automatisch das lockpfeil sobald wir die monorail anfordern kommt glaube ich erst so da ist unser lockpfeil auf dem weg zur brücke da haben wir es jetzt und jetzt wollen zur kellien zurückkehren und dann bekommen wir automatisch gleich das nächste aber vorher holen wir uns erst einmal knoten nummero vier und zwar fahren wir mit dem fahrstuhl wir müssen jetzt zurück so ich gucke noch mal ganz gut auf die karte seht das hier also ich folge hier wieder ganz normal der story ich folge hier ganz normal dem story fahrt wie das dunkle ist es halt teilweise schwer zu erkennen deswegen früh genug reingesprungen und dann können wir nämlich hier in diesen raum rein ich will hier gerade noch mal ganz kurz mit dem freter hier zeigen wo der hammer hängt aber leider haut er ab so noch mal in fuß hinein und hier neben uns der raum da der vorratsraum an dem wären wir ansonsten eventuell vorbeigelaufen hier seht ihr auf der karte dabei der fahrstuhl zu sehen hier ist das flugdeck und da drin befindet sich knoten nummero vier direkt dort an der wand und damit komme zum vorletzten lockpfeil und zwar auf der brücke das bekommen wir automatisch wenn wir wieder zurück sind auf der brücke sobald wir automatisch auf die brücke kommen kommt das hier und dann kommt das nächste lockpfeil ebenso automatisch braucht ihr auch nicht aufzupassen das einzige was wir gleich noch machen ist den anzug upgraden wir sollen das ok zurückkehren haben wir gemacht und anschließend sollen wir zur krankenstation da kommt der video anruf bitte kommt zur krankenstation das ist das letzte lockpfeil hierfür kapitel nummero eins damit seid ihr fertig allerdings werde ich gleich noch mal ganz kurz zur nächsten bank gehen mit 10.000 credits in der tasche könnt ihr ein anzug upgrade machen verkauft sachen oder habt genug kohle gesammelt wie auch immer und das könnt ihr halt auch gerne später machen das macht euch das spiel leichter wenn ihr halt den anzug schon früh upgradet wir nutzen den lasten aufzug um in richtung krankenstation zu kommen und sobald wir aus dem fahrstuhl heraus kommen können wir auch schon fast direkt auf die bank drauf spucken auf den shop auf die store besser gesagt da gerade aus drauf zu und hier macht das anzug upgrade und dann habt ihr damit auch schon mal einen weg in richtung trophäe alle anzug upgrades gemacht ich danke euch für dabei sein ich hoffe das video hat euch geholfen ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr so war denkt an den daumen nach oben würde ich mich riesig darüber freuen abonniert den kanal wenn noch nicht geschehen dann verpasst ihr natürlich mit locker aktiv weiter kein neues video und ich hoffe natürlich ihr schaltet auch das nächste mal ein und ich sage bis dahin so long goodbye keep gaming euer goodie euer god Untertitelung des ZDF für funk, 2017